herzlich willkommen zu diesem video in diesem video fährst du man es günstig ist fotos im quer und hoh format zu machen und obwohl ich diese zum beispiel der camera mx mache diese app verändert mache sind die inhalte auch natürlich treffen die auch für andere foto apps und smartphones dann zu und themen sind hier eben diese bildformate und seitenverhältnisse und auflösungen ja was bietet es wieder eine schritt für schritt anleitung do it yourself ist das motto und es geht hier um einerseits um ein besseres verständnis deiner smartphone kammer was kann man alles herausholen da sieht man beispiel dieser app camera mx grundlegende info zur camera mx habe ich in einem anderen video schon glaube ich recht genau dargestellt auch eine schritt für schritt anleitung unten in der video beschreiben wirst du das finden und das video lautet eben oder titel lautet eben wieder einfacher mit der app camera mx tolle smartphone fotos machen kannst hier haben wir mal ein foto im querformat wir beginnen aber jetzt gleich einmal im hochformat hochformat und querformat sind bildformate und die sollte ich je nach motiv wählen das heißt wenn ich einen baum darstellen möchte ein motiv das er nach oben natürlich gerichtet ist bietet sich das hochformat an und da wiederum würde ich dir empfehlen die mal genauer das seitenverhältnis 4 zu 3 auf deiner kamera auf dem smartphone einzustellen einerseits wirken die fotos dynamischer und umständen auch sportlicher je nach motiv natürlich und beim wahl des seitenverhältnisses 4 zu 3 hast du auch mehr pixel bzw höhere auflösung dann auch gleichzeitig gewählt es trifft die meisten kamen was zuschauer das einmal an welche auflösung dann deine kamera mit einer kamera eingestellt ist wenn du das 4 zu 3 format die dann aussucht und muss gleich noch mal auszuprobieren wie gesagt eine aufgabe probier mal die spezifische besondere formate zu suchen die man die sich besonders fürs hochformat anbieten wie zum beispiel ein baum oder eine pflanze und wähle hier einmal bewusst das seitenverhältnis 4 zu 3 wie du das auf deiner kamera einstellen kannst mit camera mix habe ich wie gesagt im grundlagen wieder schon gezeigt schau dir das zuerst einmal an dann kommen wir zum querformat querformat videos hier sie ist bietet sich zum beispiel für landschaftsaufnahmen an oder auch für andere motiver besonders nicht für landschaftsaufnahmen und da sollte mal seitenverhältnis 16 zu 9 wählen die wirkung dürfte eher ruhiger sein und das bietet sich dann zum beispiel auch natürlich wie hier bei landschaftsaufnahmen an probier auch das einmal du hast du schon ein foto gemacht dann im hofformat probier jetzt einzeln querformat und wähle jetzt hier ganz bewusst 16 zu 9 als seitenverhältnis aus lasse also nicht einfach nur die einstellungs und papier wirklich bewusst 16 zu 9 aus wie das bei camera mix geht habe ich im grundlagenvideos schon beschrieben ja jetzt hast du zwei fotos dann gemacht 4 zu 3 im seitenverhältnis dann aufrecht ja mit 4 zu 3 und im querformat 16 zu 9 ich hoffe dass dir diese anregung in die unterschiedlichen formaten und mit den unterschiedlichen seitenverhältnissen zu fotografieren geholfen hat und dass du durch dein fotografieren noch besser geworden ist und wir sehen uns sicherlich wieder im nächsten video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone bis zum nächsten mal